Die WM in Katar steht vor der Tür und im Rudolf-Habi-Staat und ist schon mal weltmeisterlicher Support. Garantiert über 27.000 Zuschauer wollten beim Sachsenkracher zwischen den Fanfreunden aus Dresden und Zwickau dabei sein. Aber Dresden hatte Verletzungsprobleme. Achmed Arslan, Kammerknecht und Stefan Kutschke von links nach rechts saßen allesamt auf der Tribüne. Achmed Arslan und Stefan Kutschke sind die beiden Topscorer von Dynamo Dresden. Arslan ist sogar der beste Torschütze mit acht Treffern. Sollte also auch eine kleine Mammutaufgabe für die Dresdner werden. Dresden in gelb-schwarz wie gewohnt von links nach rechts in der 17. Spielminute mit der ersten großen Gelegenheit durch Akaki Gogia. Der kam neu in die Mannschaft, genauso wie Niklas Hauptmann, der hier die Vorarbeit leistet. Aber Johannes Brinkis durfte mal wieder Fluchstunden sammeln. Auch Zwickau durchaus mit Spielkultur. Dominik Baumann lässt sich fallen ins Mittelfeld. Auf Robert Herrmann in der 26. Minute. Dann taucht Ronny König plötzlich auf. Ja, den Routinier gibt es ja immer noch. Mittlerweile geht er fast auf die 40 zu. Aber er ist die Raupe Nimmersatt, die immer noch extrem gefährlich ist. So eben auch in diesem Sachsen-Duell. Hier trifft er den Ball aber mit seinem schwachen Fuß. Und deswegen geht der Ball auch vorbei. Rund zehn Minuten später. Robert Herrmann wieder mit so einer genialen Idee auf Dominik Baumann. Aber Sven Müller macht den Winkel ganz, ganz gefährlich. Und somit passiert dann auch nicht allzu viel. Ungewohnte Präzision im Zwickauer Spiel mit Sahne-Pässen. Das ist also das Fazit dieser ersten Hälfte. Ja, der eine war so ein bisschen ratlos. Markus, anfangen. Während der andere akribisch an der Seitenlinie gestikulierte Joe Enox. Also zumindest in der ersten Hälfte irgendwie vorne im Duell der Trainer. Hinein geht es in die zweite Hälfte. Wieder diese Akaki Gobi. Ja, mit Eleganz am Ball. Aber das Spiel kennen wir doch schon aus der ersten Hälfte. Johannes Brinkis zur Stelle. Nicht allzu platziert dieser Versuch. Aber das war ein erfrischendes Element von Markus Anfang, ihn in das Team zu nehmen. Und Dresden machte ziemlich gut weiter. Sie hatten ja oft Schiedsrichterpech. Beispielsweise gegen den SC Freiburg 2. Da hätte es zwei Elfmeter geben können. Und hier ist Hauptmann im Strafraum. Und er fällt in der 62. Minute. Wieder so eine Situation. Er hält sich das Knie und wir schauen hin. Ziegele trifft zwar den Ball, trifft aber eben auch Niklas Hauptmann. Das hätte den Elfmeter geben müssen für Dynamo Dresden. Ja, das Pech ist wieder mal im Spiel. Und so konnte Zwickau in der Partie bleiben. 82. Minute. Max Janssen, der kann ja schießen. Das hat er gegen Dortmund 2 schon bewiesen. Das hat er auch nach einem Standard aus der Distanz einfach mal abgezogen und getroffen. Und hier auch um einer. Da hat nicht allzu viel gefehlt. Und so gehen wir dann schon in die letzten Aktionen dieser Partie. Genauer gesagt in die allerletzte. Dynamo mit Max Kulke und Julius Kahne. Aber auch der landet nicht im Gasten. Dynamo also nach wie vor mit großen Problemen im letzten Drittel. Auch in der Favoritenrolle im Sachsen-Duell mit dem FSV Zwickau. Und so jubelte am Ende eigentlich nur einer Johannes Brinkis, während sich bei den Trainern ganz unterschiedliche Stimmungssagen offenbarten. Man hatte ja eigentlich schon alles ausprobiert. Machen wir alles richtig. Können wir was verändern. Wir haben mit zwei Stürmern gespielt. Wir haben mit drei Stürmern gespielt. Wir haben mit Dreierkette gespielt. Wir haben mit Viererkette gespielt. Wir haben mit Torwart gewechselt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir tatenlos waren. Aber als ich hier angetreten bin, habe ich hier einen Vertrag unterschrieben, der nicht nur für ein Jahr zählt. Und man wusste, dass man was aufbauen muss und es auch länger dauern kann. Ich bin unheimlich stolz, nicht nur auf die Leistung heute, sondern wir haben zwei ganz schwere Auswehrspiele innerhalb von drei Tagen. Wir davor zu Hause gegen Osserbrück, wo wir als Spiel hin und her sind. Hut ab vor der Mannschaft, was sie heute auf den Platz bringen könnten in so kurzer Zeit. Drei Spiele in sechs Tagen, zwei Auswehrspiele dabei. Das ist halt schon enorm. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz. Auf den Rängen setzte sich dann dieser Trend fort. Die Zwickauer feierten mit ihren Fans und gingen irgendwie als Sieger vom Platz, während Markus Anfang den Zeigefinger erhob. Sechs Spiele ohne Sieg gab es bei Dynamo in der dritten Liga zuletzt vor acht Jahren. Sie haben einen Negativrekord eingestellt.